Morgen zusammen und herzlich willkommen. Ja, dann würde ich sagen, machen wir weiter. Okay, das war, stimmt, genau, kurz davor. Okay, drück da. Hat er die denn schon gedrückt? Die müssen wir hier nämlich doch noch ein bisschen umdisponieren. Sentry activated. Packing sentry gun. Sentry packed. Move on! Let's see, hier ist kacke, genau. Ich glaube, er kann hier nicht durchschießen, ne? Okay. Sentry almost ready. Sentry activated. Planting mine. Watch your feet. Roger. Mines activated. Hold on, Marine. This won't be long. There you go. Planting mine. Watch your feet. Mines activated. Tactical analysis in progress. Das ist echt der Kanal, ich finde. Und zwei Mines legen wir hier noch runter. Soll ich das mal reichen. Copy. Planting mine. Watch your feet. Mines activated. Come on, Team. Safe position taken. Okay. So, den nehme ich gleich. Hier gab es hier wohl gar nichts mehr, ne? Sieht nicht so aus. On it. Let's see what's inside. Move, move. Wie steht der denn immer so rum? Safe position taken. Okay, einen haben wir noch. Ist auch schon eine Mine angelegt. Planting mine. Watch your feet. Mine's activated. Okay. Ich würde sagen, riskieren wir es gleich einfach mal. Aber hier könnte ich noch eine mehr legen. Genau. Dann geht das los hier. Also gut, wir wissen ja auch schon, was uns erwartet. Also gut, wir haben wir eure Psychianer. Wir lassen uns die Stehlung vor. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Gut aufgegangen ist hier nun keiner, zum Glück Hurry up, you slums! Copy! Something triggered one of our mines Let's see what's inside Planning mine, wash your feet Mine's activated On my way Mine's activated Come on team Ich kann ihn durchlaufen Doch, können sie Okay Copy Und müssen wir nehmen Und hier bin ich reingekommen Das heißt, wir können links Okay Come on team Copy Looks like you got yourself a ride up You're back in the game, Marines Hurry up squad Roger Let's see what's inside Move on Move on Move on Stand in mind Watch your feet Don't get too comfy, okay? Light them up It's a probe Reloading Right now Here's your sample Hurry up, you slums Let's see what's inside Jetzt gar nichts mehr, ne? Move on Copy Look alive, Marines Plenty of signals Coming your way Mine's activated Jetzt haben wir noch einen gewaltigen Ansturm Ich vergesse mich doch Über 24 Sekunden Ich könnte es schaffen Was ist los? Wieso geht das nicht? Schade Es ist nicht weg Look at me Deploying Sentry gun On it Mine got tripped Incoming Warrior in sight Runner Get it Bring him down Tanko, straight ahead Shit, come out Out, my leg Ah, it hurts I knew something Okay, war die nichts getroffen Hold on, Marine This won't be long Copy Hacking sentry gun Here you go Good as new Na gut Mal gucken, ob wir die wenigstens wieder nach Hause kriegen Hier Hang in there, man Wobei wir einmal gucken müssen Wie wir das mit den Kollegen hier schaffen Was kann ich denn da nicht ran? Geh ich ja auch nicht, aber den Panzer brauche ich Hang in there, man Grenade Great to send it Grats us your strength Best rock Changing mag Bad ever How can I fly Can I fly If any of you go Can I fly I'm going to fly Mayful That's Four 25 30 25 33 Don't mess with me, Trevnis! I did! Deploying sentry gun. Copy. Sentry almost ready. Move on! Move! Move! Packing sentry gun. Sentry packed. Nicely done, but I'm afraid their defenses are only getting stronger. Which proves we're getting close. Hang in there, Marines. Let's see what's inside. Come on. No one's left behind. Hang in there, man. So, mehr gab's hier auch gar nicht, ne? Mit ein wenig, das ist doch scheiße, man. Hurry up, squad. Oh, gut, hier war ich schon. Also, ich versuch'n das mal, aber das schon ja. Geh' kacke. Deploying sentry gun. Sentry activated. Tango, straight ahead. Es ist ein Drone. Oh, boom. Let's rock! No, dad. Roger. Schmerz. Nein, jetzt war er aber nicht den Turm um, Kollege. Ey, hat er echt gemacht, ne? Ist das eine Ratte. Hier links. Okay, ich würde jetzt noch mal kurz gucken. Ich glaube, wir haben einen Krusher irgendwo. Stay sharp. Ich glaube, wir haben einen Krusher. Okay. Kommt. Batman. Ich liebe diesen Job. Got'em. They're looking back to me. More signals incoming. Contact. It's a drone. Hurry up, squad. Go down. Light him up. Move on. Let's see what's inside. Got something on a dragon. More signals incoming. Another strongpoint. Give'em hell. They're headed our way. So, jetzt muss ich gucken, was das hier alles ist. Let's ride. Reloading. And go down. Right now. Planting mine. Watch your feet. Mine's activated. das ist ja auch gute sachen move on let's see what's inside ich muss schenken können Ich bin weg. Komm schon, Team! RUNNER, KILL IT! Light them up! More signals ain't coming! Something triggered one of our mines. On it! Hey, I found something. Looks like a datapad. That's what I thought. The opening mechanism is dissabotaged. We need a way to force that door open. We walked past a lot of mining material back there. Perhaps we could use one of those power loaders. That could work, if they're not too old at least. Power loaders leave tracks. They may lead you to them. Double dive! More signals ain't coming! Are they aliens or they're not only two bombs? Let's rock! Okay. I've already got... Fiction. Grenade! Walk! Move on! Bring us your strength! Get away! Go! Go! We can't use this suit. Keine Kisten, nichts mehr. Man, ich brauche Muni. Guck! Ich habe noch mehr Heim. Das ist alles, ich habe jetzt. Das ist eine 82-Aufgabe. Jetzt müssen wir kurz zurück zum Panzerlauen. Die Tür muss ich irgendwie... Achso, ich kann mir nicht lang. Die Tür ist aktiviert. Komm schon, Team! Okay, jetzt ist auch keine Kiste mehr. Die Tür plantet die Tür. Watch your feet! Safe position taken! They're headed our way! They're here! Destroy them! Light them up! Shit! I'm out! Take it back! Denari is dead! Oha! Alles voll Harmonie. Das ist schon mal gut. Alles voll Harmonie. Das ist schon mal gut. Come on, Team! Safe position taken! Move! Move! And you! Great Attended, grant us your strength! Nichts! Let's draw! The glorious death! Safe position taken. There's something around. More signals incoming. It's coming. On my way. Come on team. Don't move. Gonna fix you up best I can. There. Like it didn't happen. Move, move! Let's see what's inside. Changing mag! So, it's aber viel interessanter. Wie komme ich denn da oben hin? Okay. Okay. Copy. Let's see what's inside. Reloading! They're here! Destroy them! Let's rock! Move on! Safe position taken! Shit! I'm out! Kill that bastard! We're in descending. Grant us your strength. Grenade! Gurgling! Tango death! Tango death! Affirmative. Let's see what's inside. Let's see what's inside. Move! Move! That one looks functional. Keep your fingers crossed. Waren da doch schon wieder Böses hier. Wenn nicht, erläuft er komplett noch weg. Macht er wirklich. Ich vermiss mich. Na, wir gucken mal, wohin. Kann ich hier Panzer noch irgendwie holen? Nein. Ich fühle das schon wieder, ja. 2, 3, 4, ach ja, er steht ja hier drin. Oh, okay. On my way. It's a throw. Let's see what's in there. Let's rock. None is activated. Hit it. Hit it. Reloading. Alla, das kann doch nicht sein. Move on. Move on. Move on. Dann möchte ich meinen Kollegen hier runterziehen. Stay still. Gonna patch you up. There you go. Go. Up. I don't know. Up. 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 Das ist neu. Don't move. Gonna fix you up best I can. Alright, let's give it a go. Good thing I have a Class 2 rating. Come on, team! Come on, team! Come on, team! Watch your feet! Let's rock! Mine's out! I feel like! So, jetzt beginn die nicht. Alter, was soll denn das? Wie leg ich denn eine Mine, man? Don't do this fire on target! Kein Schwanz weiß, wohin er mit dieser Drecksmaschine laufen will, oder was? Der läuft echt einmal quer hier durch. Tango, straight ahead! Runner, get it! They're trying to use that loader! Destroy it! Okay, scheint er auf jeden Fall schon mal ein Bug da zu sein. Ich muss mal abwarten, wo der überhaupt hinläuft, ey. Echt? Let's go! Ich muss mal auf den take! Ja! Mann�, ich muss mal auf die Straße! Das Wasser ist unterhalb der Bühne. Nehmt mehr Kraft? Just ring mei. Das ist eine unserer Mines. Wir können den Bühne holen. Die Bühne ist öffnet. Wir können den Bühne holen. Lass ihn auf! Shit! Ich lege ihn auf! ja alle tot oder was da los jetzt wieso geht schon wieder zurück das gibt das doch nicht mit einem überlebenden wieso ist er wieder zurückgegangen verstehe ich nicht gut drei mobiles ich träume noch hier keine ärzte wieso könnte ich nicht befördern ich habe sie benötigt Okay, you can count on them man. New objectives are awaiting your review So it's have a nice day deputy administrator Hayes better than new if I might say so You got it. We'll take care of this one A good day to you administrator You got it. We'll take care of this one Understood. I'll update my schedule Sort of sex. Oh, man. This one won't let you down Stand tall Marine I Don't Don't I Don't I Das Bündungsraum brauche ich erstmal nichts. 90% Aber wieso ist er denn erst weggefahren? Ich verstehe das nicht. Zur Hauptmine. Ach, hier ist der gefallene Marine. Okay, dann gehen wir doch da hin. Top, paar Signaturwaffen. Hätte ich einen Lauf jetzt hier wieder. So, Schrot, Flammenwerfer. Hatte noch was anderes? Ach, Schatzschutzwaffenwerfer. Brauche ich nicht. So, Schatzschutzwaffenwerfer. So, dann versuchen wir es jetzt einfach mal weiter. So, schau mal. So, schau mal. So, schau mal. So, Schatzschutzwaffenwerfer Trösen. Noch mehr Signals kommen! Komm schon, Team! Jetzt! Ich meine, ich schaue dich! Ich meine ist aktiviert! So, wo liegen denn die anderen? On my way! Ugh, hate this job. Here's your sample. Come on, team! More signals incoming! Come on, team! Come on, team! Hurry up, squad! There's no one more, right? Is the tower still there? It's broken. Move on! Move on! Move on! Move on! Don't even hit! Move, move! Copy. Wei, you restricted area. Has a nice ring to it. I think we found the crucial thing before. We're entering the mine complex proper. It must be where they're holding Cassandra. Oh, yeah! Don't mess with me! Oh, yeah! Roger. Let's see what's inside. Grenade! Brothers, I'm hit! Mine got tripped. Changing mag! Bring him down! Focus, fire, and target! Move on! Great descendant, grant us your strength. Let's see what's inside. Let's see what's inside. Hurry up, squad! Roger. Planting mine. Watch your feet. Mine's activated. Planting mine. Watch your feet. Mine's activated. Come on, team! Flour brother. Got something on the tracker. On it. Clip! Hang on! Hang on! My mind, watch your feet! Mine's activated. Access granted. Quiet. They didn't see us. Right now. Drown spotted. Mine's activated. Move on. Safe position taken. Double time! Taptical analysis in progress. That gun's a freakin' lawnmower! Roger. Safe position taken. Mine's activated. Let's see what's inside. Come on, team! Contact! What's that feeling here? Come on. Roger. Plan in mind, watch your feet. Mine's activated. I don't hear him anymore. We're clear. There's something around. Tread carefully. That's another screaming one. Move, move! Move on! Mine got ripped. Mine's activated. Safe position taken. Oh. Something triggered one of our minds. I have multiple signals. Psst. He's there. Shit! They know we're here. Deploying sentry gun. How about you deal with that stress, squad? Let's rock! Something triggered one of our minds. Sentry activate. Get back! Run! I really love this gun. Roger. Roger. Packing sentry gun. Come and get it. I'm ready. Shit, man. I don't like that. Sentry packed. Come on, team. Double-tie. Come on. We didn't sign up for this. Grenade! They got our six. Look alive. Let's see what's inside. Sino, an approach! It's a drone! Copy. Planning mine. Watch your feet. Mine's activated. Shh. Listen. I think we're good. Shh. Here's one. Come on, team! Mine's activated. Hurry up, squad! Shh. Here's one. Ich weiß nicht, ob das für mich sieht. Oh, jetzt hast du wieder keine Punkte, so eine Kacke. So, mit Fahrzeug komme ich nicht hierher. Geht man sich hin. Stay frosty, Marines. Move on! Grenade! Can you see that? Let's rock! Now that's what I'm talking about! Double-tie! Kill this bitch! Kill this bitch! Just be sure us! Safe position taken! Komm schon, Team! schon wieder drüber hinaus den öffnen wir auch lieber geht gar nicht da muss ich dich da 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 das 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 Okay, let's see what's inside. Move on! Access granted. Careful, squad. You're entering the heart of the hive. Und zu Hause mal richtig beruhigend. Tactical analysis in progress. Affirmative. Planting mine. Watch your feet. Mine's activated. How about you deal with that stress, squad? I have multiple signals. Move on! Hurry up, squad! Plan in mine. Watch your feet. Mine's activated. No way through without killing that thing. Scheiße, Königin. Oh, und die laufen auch immer gleich durch. Tactical analysis in progress. Hm. Das hätte ich mir, glaube ich, in der Geschwöner vorgestellt jetzt. Tango, down. Tango, straight ahead. Careful, people. Rescue just... Let's drop! Deploying sentry gun. They're headed our way. Something's not right. Sentry activated. I can't believe this. God! Burn! It's burn! Tango, right ahead. Grenade! Shit, I'm out! Tactical analysis in progress. Wir haben Kollegen verloren. Ich will die nach den Kollegen verlieren. Ich will mal kurz den letzten Punkt nochmal machen. Ich weiß gar nicht, wo der war. Das ist ja voll. Das war kurz vorm Reingehen, ne? Hier war ich schon. Jetzt machen wir ganz kurz gucken, wie lange wir jetzt eigentlich schon auf der Uhr haben. Ja, jetzt schon eine Stunde. Sonst würde ich sagen, machen wir jetzt hier beim nächsten Mal weiter. Dann wieder komplett reingehen. Fünf Leute haben wir ja. Zuschließen kann ich den Raum aber nicht, ne? Nee, leider nicht. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier einfach beim nächsten Mal weiter. Dann bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen. Und dann bis zum nächsten Mal. Da war haben wir jetzt gerne mal, Vielen Dank.